Hallo Leute hier ist euer Solaris von euch im siebten Part von Forza Horizon 3 und wir machen weiter. So, dann fangen wir mal zur Scheine. Mal schauen was da so drin ist. Ich bin gespannt Leute. Ich bin gespannt. So. Wow 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 wow! Schön mit hingekommen Leute! So 11.9km, dann haben wir das Ziel erreicht. Dann müssen wir hier gerade haus... Nein, 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 nein... Ah, Mist. Sorry. War noch nicht mit Absicht. So, dann fallen wir mal schnell dorthin, wow, so, schnell in die Kurbel kommen. Naja, 1,3 Kilometer, dann haben wir das Ziel erreicht. Klappt schon. Wow. Wow, 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 wow. Wir kommen ja richtig mit dem Heck, irgendwie. Ja, 7,4 Kilometer noch. Dann haben wir's. Sorry Wenn ich mir abschüsse So, 6,6 Kilometer noch Dann haben wir das Ziel erreicht So 5,4 Und nach rechts So 4,7 Auf einmal mal schnell Drüber Dankeschön So, 3,7 Kilometer noch Wo, 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 wo Cooper Perry hat engedeckt, okay Wo, das geht rechts Wow Wir sind jetzt aber echt lang gefahren, Leute Also Quästlich eine lange Strecke Okay, wir brauchen einer nicht So 1,4 Und haben die Tauben Habe ich genommen Nice Warum ist das jetzt englisch so Ja, keine Ahnung So lila Wie ist das Zielort Aha Das ist der beste Teil meines Jobs Glaubisch Ein alter Landcruiser Schick Ein Landcruiser bekommt man nicht tot Die haben zwar neue Modelle rausgebracht Aber das war völlig unnötig Die alten Modelle aus den 70ern laufen immer noch Okay Okay Ich bringe den Land, die trotzdem für eine frische Säte sind So So Ja Hier ist Ketten Okay Freigeschaltet So Okay Äh, genau Jetzt wollten wir Ach, machen wir dieses Das hier So 10 Krim wird noch Geht ja noch Das ist mir wenigstens wieder Zurück In der Stadt Wow Ach, 9 Kilometer noch Ja Das ist mir wenigstens wieder Entweder Ich bin mir In der Stadt Ich bin mir Ich bin mir Ja Ich bin mir In der Stadt Wow, das hat ganz schön viele Punkte gebraucht, eben. Wow, 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 wow. Wow, das war jetzt nicht so gut gefahren, aber wenigstens sind wir jetzt schon mal ein bisschen weiter. Ja, wir sind auch so am Bruchlandung. War das sogar auch. So, 3,6 Kilometer noch. Wow. Wow. Wow, Mist. Ja, 3 Kilometer ist es ja noch, dann ist es ja nicht mehr lange. Dann haben wir es, Leute. So, 2,5 Kilometer noch. So, 2 Kilometer noch, dann habe ich es. Damit was fällt. Oder zum Gewächs oder sonst irgendwo. Wow, 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 wow. Glück gehabt. Ah, ist ja, klar, Charlotte. So. Dann stellen wir durch. Hier haben wir keine, ist gut. Das war endlich so geplant. Da vorne ist es doch. Ah, okay. Okay, ich muss springen, okay. So. Ich glaube, das müsste eigentlich reichen. Nein. 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 Und nochmal, probieren wir es nochmal. Hat es gezählt? Nee, natürlich nicht. War ja klar, Leute. Nochmal. Oh, Mann. Ich glaube, wir fangen da vorne an, aber egal. Machen wir jetzt nochmal. Springen wir jetzt nochmal. Na ja, machen wir halt weiter. Je größer der Stunt, desto besser. Vielleicht kannst du aus einem Stern zwei machen. So. So. Ah. Ich habe aber, das ist ja falsch. Hast du gedrückt? Hehe. Okay, die Baustelle zerlegen, okay. Wie machst du das jetzt? Nochmal. Nochmal. Ach, komm schon. Ach, komm schon. So, dann müssen wir das hier noch zerstören. So. So. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier kommt schon So, 11.000 Das hier nur noch zerstören Ja, können wir Wir wissen ja jetzt, wie es geht, Leute Wir probieren das jetzt nochmal Okay, die Baustelle zerschlägen, mach mir doch Okay, hier ist nichts, ist okay Gehen wir mal weiter Ah, komm schon Ja, so eine tolle Aufgabe ist englisch nichts Aber naja Schwingstens mal was anderes Ja, warum hat es jetzt nichts gebracht? Ich zerstöre doch alles, oder? Mal schauen, später So Hä, das gibt's doch nette Leute Nochmal Das gibt's doch net Die Aufgabe ist eigentlich so einfach Aber irgendwie kriege ich es jetzt gebacken So Okay, das kriegen wir nette kaputt Okay, warte mal So 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 weil man nie richtig weiß, kann ich das jetzt zerstören oder kann ich das jetzt zerstören? Egal Leute, ich mach dann lieber was anderes Fernstattung, ja, wollen wir Mach lieber was anderes Leute, das mach ich dann halt beim nächsten Mal Statte mir mal einen Besucher, hab den Landcruiser wieder flott gemacht Ja ja, schön Wir könnten einen neuen Radiosender für das Horizon Festival verpflichten Auf welche Musik hättest du denn Lust? So So Dann Wir hatten eine andere Mission, wir machen mal das da Wo das Drift ist, aber ich mach eh kein Drift Hey, da wird auch egal Mann, das ist doch verblöd hier Ja, ach komm schon, Mann, das ist... das gibst du einfach nicht Endlich So So Meine Schasse Mission, ey, die sind voll scheiße Da weiß man nie, kannst du jetzt zerstören oder kannst du jetzt zerstören Wir machen jetzt zwingstens jetzt ein ganz normales Rennen, jetzt nochmal zum Abschluss Mach das dann im nächsten Fall oder so, mal schauen Gibt's hier tausende Ecken oder was? Oh Mann, so Oh Mann, so 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 50.000, das ist Rift, okay Was meinst du? Nicht übel, oder? Das war meine Idee. Die Horizon-Fans sind nicht gerade Freunde der Traktionskontrolle. Okay. So, weiter geht's. Weitere. Ähm, wir fahren mal hier. Warte mal, hab ich's überhaupt schon okay ausgewählt? Ne. So, probieren wir das mal. Also, nachdem... Ach komm schon. Ähm, nachdem tun wir dann die Part am Wenden. Weil dann reicht es dann. Schon bald wieder eine halbe Stunde. So, da ist das Ziel. Und... Ah, Blitzer. Okay. Aha, der Nessan. GTA, der wär so richtig nice. Och, schade. Okay. Ja. So. Dann würdest du sagen, wir benden den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächsten Part machen wir dann weiter. Wir haben ja noch ein paar Ränder von uns. Und ja. Für dich nicht zu abonniert. Und kommentiert hier zu seinem Link vorbei von Forza Horizon 3. 4.